Freunde ich bin euer Odo zurück bei Stackedlands von Shockpop wir haben einen Graveyard gefunden außerdem würde ich ganz gerne endlich ein Dings machen dafür brauchen wir ja aber wenn man nur Äpfel finden kriegen wir keine Karotten noch ein Odo können wir nicht um das Odo ich bitte mit ich jetzt der macht nur ein Pup ja 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 ich muss jetzt näher ran Nein, 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 den Stein oben noch. Mushroom auf den Pup. So, Potato. In den Garten. Apfel in den Garten. Mushroom bleibt da. Sehr gut, sehr gut. So, da haben wir jetzt noch einen zweiten Number Camp. Das heißt, unsere ganzen Villager können wir einsetzen. Quarry, ich jetzt. So, okay, wo gehst du hin? Dann ins Seite Number Camp natürlich. Ah, da gehört davon rein noch. Die nächsten zwei Hortz gehen dann rein. Mal schauen, was passiert. Okay. Oh, Milch. Milkshake. There is Milkshake. Come on. Two Milkshake. Okay. Wir haben ein Skelett gekillt. Wir sind so gut. Kindeskeleton. Find the graveyard. Alles gut. Alles gut. Wir sind so spitze. So, du, Freund, gehst in Gold Village. Einfach hören. Diese Worte sind groß. Warte ich einfach. Wir haben gesagt, wir geben... Funktioniert so nicht. Schade. Ich hatte gehofft, dass es dann funktioniert, was so machen. Warte mal, die Farm ist frei. Ich post mir noch einen zweiten. Ich post mir noch einen zweiten. Onions in die Leise stecken. Und meine Fortwahl. Eine Treasure Chest. Iron Ore. Poop. Und ein Old Tail. Finde ich gut. Irgendwann nochmal, wenn wir schon jemanden schicken, um es aufzumachen. Einmal, wenn wir schon jemanden schicken, um es aufzumachen, 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 um es aufzumachen. Apfel. Ja, wieso nicht? Das war jetzt hier. Vielen Dank. So, jetzt haben wir zwei Lumber Camps und zwei Quarys, eine Summit und einen Brickyard. Normalerweise sollte es bedeuten, dass die jetzt wunderschön durcharbeiten. Wir brauchen außerdem, aber wenn jetzt dann dich und den nächsten, der verfolgt wird, ins Haus, dafür noch ein Bibi. Wir wissen, wie das Bär funktioniert. Gut, was brauchen wir für die Farm? Ich glaube, die Farm brauchen wir... Zweimal Brick, zweimal Plank. Okay. Ja, das ist jetzt gar nicht nur so schlimm. Ja, das ist dann. All humans are fed. Oh, noch eine Treasure Chest. Das ist dann auch nett. Mehr Coins. Eierne Ohren, noch ein Poop. Ups. Jetzt gehen wieder die Leute aus. So, Laura, du gehst wieder da her. Villager. Du gehst zum Berry Bush. Poop. Dann machen wir einmal mit Mushroom und einmal mit Potato. Oder? Ja. Ist gut. Gut. Und bei der Farm machen wir... ...einen Apfel. So, dann machen wir jetzt Sitzabrink mal rein. Gerade nicht ausgegangen. Sehr gut. Neverbs Spare. Sehr gut. Ups. Nicht um viel dr protege für kader, eben keine Übers Portugal. Okay. So, 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 so. So, 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 so. Okay, okay, okay. Okay, wir bekämpfen Slams. Oh, ein Ei. Ei mit Potato macht Frittaten. Okay. Jep. Und unsere erste Frittatage macht. Ja, bitte. Ja, fein, det fin. Mm-hmm. 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 Dick kommt zurück da. Gut. Onion. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. Potatoes. Ähm. Ja, und da noch einen Typen droben. Ja, den schicken wir da rauf. Wen schicken wir die Farm. Und Apfel. Oder die Berries. Äh, machen wir die Berries. Wieso nicht? Wieso nicht? Und... Noch eine Treasure-Gist. Coin. Fruchtballat. Jetzt. Und einen Stern. Yay. Frittata. Delicious and comes over 4. Jetzt. Okay. Kann man dann essen. Äh, du kommst da rein. Und du kommst da rein und baust mir noch eine Farm. Das ist, das krass. Mm-hm. Ich weiß nicht, ob noch was passieren wird hier. Ich glaube, das Spiel geht so lange, bis man gestorben ist. Aber derzeit schaut es nicht so aus, als würde uns das passieren. Aber derzeit schaut es nicht so aus. Und wieder essen. Essen passen. Die Fritata. Aber die hat auch relativ wenig Geld gekriegt. Und wir müssen schon wieder zwei Karten verkaufen. Uff, das heißt, wir brauchen ein Warenhaus auch. Und Strange Portal. Oh oh. Gefällt mir nichts. So, du, wieder daher. Strange Portal klingt danach. Jetzt brauchen wir Schwerte. Ja, das Schwert, das war ein Iron Bar, glaube ich. Iron Bar und 2D. Und wir brauchen zwei Schuhe. Und wir brauchen zwei Schuhe. Green Bar. Wir brauchen zwei Schuhe. Aber das ist mal drückwärdig. 2 schwerter noch ein schwert sicherheitshalber so in die fahrung was gehen wir da rein wir geben außerdem wir jetzt mal nicht noch ein baum noch ein apple ja ja das haben wir gemacht also ich meine wir haben nicht wirklich was gemacht aber es war auf jeden fall gut was wir gemacht haben ob sie aber doch ganz gut gemacht haben uns zuerst um das also das ist gerade ist genau noch ein schlüssel noch ein knochen noch eine milch noch ein schlüssel und noch ein raum mit finde ich gut kümmer dich darum du kümmerst dich um den graveyard und du mein freund kümmerst dich um baum das war schon ich meine ich war nicht in wirklichkeit aber okay ja dafür ich habe jetzt ja Und wir hohen, okay. wirklich ich hoffe auf einmal, das wäre interessant, wo wir das könnten warte mal, du geht mal her zwei da und zwei da so, drei, fünf, drei und vier drei villager im endeffekt um den tempel zu bauen mal schauen, was der kann mal poop mal das hey, ich habe einen Hasen gefunden in Barry Bush, finde ich gut so, ich habe einen Tempel på, wenn wir nur noch drei Leute eins zwei und drei drei und wir bauen ein tempel und wieder ein korb wir unsere leute 11 karten müssen verkaufen wir verkaufen mal ist die und die knochen und was noch auf den das ding kann nur 100 geld fassen nicht gut nicht gut wir brauchen eine neue kiste so gold cotton cotton chest and a coin und zweimal gut ok mhm mhm ein weiterer villager er möchte wenig essen ok wir könnten eigentlich das fleisch kochen beziehungsweise was man natürlich können schauen ob wir eine karotte kriegen wir brauchen wir auch nicht super nein nein Vielen Dank. Mehr Potatoes. Was geben wir dort drauf? Dort geben wir. Was kommen auf die Farm? Und Jens? Ja, wir geben wieder Apres hin. Poop. Und dann gehen wir. Und dann gehen wir. Und dann gehen wir. Und noch einmal Potatoes. Oh, noch eine Treasure. Finde ich gut. Unions und Potatoes. Na super. Was für eine Treasure chest. Und dann gehen wir. Und dann gehen wir. Ja, okay. Keine Ahnung, was der Tempel macht. Aber ich will. Immer heute noch. Und dann ist Schluss. Ich weiß, was der Tempel macht. Wir brauchen Leute. Wir brauchen Leute. und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Vielen Dank. Und wieder füttern. Fütter, fütter, fütter. All humans fed. Und wir müssen wieder Karten verkaufen. Okay, was verkaufen wir? Wir verkaufen mal die Flinze. Und dann 245 Äpfel. Oh, traveling. Okay. 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 so für die fahren brauchen wir was noch mal Trämer Brick, trämer Plänk. Yes, arm wir. Man muss noch eine Farmsiebehörter haben. Vielen Dank. Wird der Tempel bald fertig sein, bitte? Das wird zumindest irgendwie nett. Noch eine Frage. Was gibt es denn? Nichts. Okay, du gehst jetzt. Wir brauchen Carrots. Egg. Potato. jetzt gehört jes so ok warte mal wir könnten folgendes machen tato weg eine karotte und wir haben einen tempel im porten place for worship place of work it's a mysterious artifact ich jetzt hier ist off the section so mit den vielen farmen die wir hier haben sollte eigentlich kein problem mehr geben obwohl es gerade relativ knapp ist eigentlich sogar vielleicht auch bei explorers aber wir haben zu wenig vielleicht sollten wir noch ein haus bauen dann könnte man noch ein zweites hier auf einmal machen ist keine schlechte idee aus so gut einmal stone irgendwie machbar sein das war mit heben wir uns jetzt wenn die karte gewachsen ist kann man jetzt machen ich möchte ich kann das gar nichts okay du gehst in die mine da die 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 misst das gefällt mir nicht das wäre doch gewalt gewesen Dann draw meat Was habe ich da gekauft noch? Einen Baum. Einen Wolf. Yeah, I guess. Einen Onion habe ich auch dabei, bei denen. Oh, mir fällt gerade auf. Beim Stew war ein Onion auch dabei, ich glaube fast. Ich hoffe, dieses Stew ist. Ich glaube, das ist noch einiges. Ich glaube, das ist noch einiges. okay ganz schön was geht vier karten zum verkaufen den hausen verkaufen man offen sich die spiel verkaufen und noch den das ist da wieder her du kommst daher du kommst daher du machst ein aus und 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 ok 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 das war dann über will ich ja was machst du bist ja was macht ihr mit noch nichts machen naja wieso nicht ok wahrenhaus braucht noch mal ok meine lieben freunde wir haben einen tempel gebaut wir wissen noch nicht was man mit dem tempel machen können vielleicht finden wir das nächste vielleicht werden wir auch alle verhungern bis zum nächsten mal